Let the future talk Ich denke, dass jeder ganz besondere Talente hat. Wir sind alle individuell. Wir haben alle andere Interessen. Wir sind alle andersweit. Ich gebe Sachen durch und schreibe mir Überblicke und zeichne mir Dinge vor. Ich habe es ja nur für den Test gelernt. Und dann bin ich panisch, weil wir alle anderen sind. Vielleicht fällt mir etwas nicht ein.